Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich komme wieder irgendwie so direkt aus dem Jetzt und folge wieder meinem Impuls, es weiterzugeben. Ich hatte wieder gerade so eine schöne Erfahrung, also eigentlich schon seit gestern. Und die Frage, die ich dir jetzt einfach stellen will, ist, ja, wie siehst du dein Leben? Hast du schon erkannt, dass es Zeichen gibt? Hast du schon erkannt, dass das Leben mit dir spricht? Aber in welcher Form spricht es zu dir? Es ist so einfach, nämlich du kannst sehen, was in deinem Leben passiert. Das ist die Sprache des Lebens. In meinen Workshops wirst du das lernen und ich werde dir vieles übersetzen. Alle Fragen werden beantwortet, die du hast. Und ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt. Das hat gestern wieder angefangen. Ich gehe an etwas vorbei und mache schwupp, hält mich etwas auf und sagt quasi, hallo, guck mal da hin. Ja, also es war mir ja gar nicht bewusst, ich bin ja einfach da nur lang gelaufen. Und dann macht es, ja, vielleicht kennst du das. Oder dein Kopf geht drüber oder du siehst irgendwas so im Vorbeigehen, ne? Wenn du guckst und dann siehst du irgendwas. Dann habe ich gedacht, ah, da gehe ich mal hin. Und habe am nächsten Morgen, ich habe gleich in der Sekunde geguckt, okay, was ist da, wann ist da offen. Da gehe ich jetzt mal rein. Morgen früh habe ich mir sofort vorgenommen. Also nicht warten und vorbeigehen, sondern guck, wie ist dein Gefühl in dem Moment. Und dann denkst du, oh, schön. Und dann war so ein Ja für mich da. Ich habe noch gar nicht so gewusst, was jetzt überhaupt und hin und her. Macht aber nichts. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich gehe dann am nächsten Mal und gleich, wenn geöffnet ist, da rein und guck mal. Habe ich auch gemacht. Ja, es war, ups, ein cooles Entree. Und der erste Mensch hat gleich gesagt, wow. Ja, volle Kanne. Es war ganz klar, dass so ein Klack auch gemacht hat, innen drin. Und die hatten dann gerade keine Zeit, aber wir hatten dann eine Stunde später schon wieder in den nächsten Terminen. Und ich bin dann hingegangen und es war wunderbar. Also die Sache ist einfach, lass dich führen. Die Frage ist, ist dir bewusst, wer oder was dich führt? Und das ist einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte. Folgst du der Stimme deines Herzens oder deines Kopfes? Denn du wirst vollkommen verschiedene Resultate haben. Und damit du absolut deiner Stimme, deines Herzens folgen kannst und auch direkt da hineingehen kannst, biete ich für euch Workshops an. Prima. Falls es dich interessiert, einfach melden. 089 122 96 485 oder einfach auf Facebook. Jeden Tag Urlaub kannst du mir auch eine Nachricht schreiben. Alles Liebe, bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.